Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute der Manzli Heinemann mit Florian Heinemann. Wir reden über das aktuelle Marktsentiment, also wie läuft es eigentlich im E-Commerce-Markt, aber auch bei den Investoren. Project A raised ja gerade einen neuen Fund. Wir reden über eines der Investments, in dem Project A gerade beteiligt ist, bei dem es sehr, sehr prominente Mitinvestoren gibt. Ein AI-Tool 11X, was mit automatisierten Agenten funktioniert. Und darüber entspinnt sich auch eine Diskussion darüber, ob das vielleicht eher ein Feature-Markt ist, dieser AI-Markt oder ein echter neuer Plattform-Markt. Ganz spannend für Investment-Theoreme. Wir betrachten die Rückgabe oder die Aufgabe von Jux Net-à-Porter im Fall von Richemont. Die verkaufen das oder geben das ab an MyTheresa. Wir besprechen, warum das so ist und warum das auch ein spannender Case nach vorne sein kann. Schauen uns Gewinner und Verlierer des E-Commerce-Marktes 2024 an und gucken auch nochmal links und rechts, was so im Markt passiert ist, ob alles im E-Commerce-Bereich wieder in eine grüne Richtung läuft. Und es sieht so ein bisschen nach Aufschwungbewegung aus. Nicht alles läuft in eine grüne Richtung aus meiner Perspektive. Ich habe mal wieder versucht, an Coldplay-Tickets ranzukommen für eines dieser zehn Konzerte in London. Ich habe da drei Stunden in der Warteschleife von Ticketmaster rumgehangen, um dann am Ende herauszufinden, dass wieder alles verkauft wurde, ohne dass ich zum Zug gekommen bin. Wenn es da irgendwelche Tipps gibt, wie man solche Tickets bekommt, ob man Leute bezahlen muss, die sich schon zehn Stunden vor einer Warteschleife einhacken, gerne her damit. Die Zweitplattformen wie Viagogo erzeugen bei mir kein großes Vertrauen nach diversen Berichten von Freunden, die dort ohne Tickets nach Hause gehen mussten vor dem Konzert, weil die Übergabe dann noch nicht geklappt hat oder das Ticket nicht gültig war, was sie dort erworben haben. Also da kann der E-Commerce-Markt noch deutlich optimaler aufgestellt werden. Aber vielleicht bin ich auch nur zu alt und zu langsam, um Tickets für die Altherren-Band Coldplay zu bekommen. Aber die mögen wir nun mal. Die machen einfach eine geile Show. Jetzt aber erst mal zur Show mit dem Florian Heinemann. Viel Spaß dabei. Florian, herzlich willkommen zum echten Manzli Heinemann. Vor zwei Wochen konntest du ja nicht mitmachen in der Folge mit Daniel Stelter. Weil eine Flugverschiebung dich verhindert hat. Gefühlt haben wir das letzte Mal so richtig vor der Sommerpause aufgenommen. Was ist denn in dem Heinemann-Leben so passiert? Wie läuft es bei Project A? Wie ist die Stimmung am Gesamtmarkt? Einmal so einen Temperaturcheck. Ja, also ich glaube, Stimmung am Gesamtmarkt ein bisschen, ein Stück weit unverändert. Also ich glaube, Early-Stage-Bereich weiterhin viel Aktivität. Later-Stage-Bereich siehst du schon ein bisschen mehr jetzt an Aktivität. Sieht man auch in den Statistiken, das nehmen wir auch wahr. Zu moderateren Bewertungen, würde ich jetzt mal sagen. Ausnahme AI und Cyber Security. Da passiert sicherlich auch weiterhin sozusagen passieren Dinge, die man so einfach wahrscheinlich jetzt von außen betrachtet nicht so zum Teil nachvollziehen kann, was Bewertung und so weiter angeht. Jetzt gerade so eine neue Open AI-Runde und sowas ist natürlich schon Wahnsinn. Muss man schauen, was da letztendlich sich als das Richtige erweisen wird. Könnte das schon Peak AI gewesen sein? Jetzt die neue Runde soll ja mehrfach oversubscribed sein. Bei einem Unternehmen, was ja doch recht viel Geld verliert, haben die jetzt irgendwie mit einer 150-Milliarden-Bewertung oder 100-Milliarden-Bewertung. Ist das schon wieder so eine Übertreibung oder fühlt sich das so an? Ja, also ich glaube, es ist ja unbestritten, dass die jetzt wahrscheinlich schon sehr klar der Marktführer da in dem Bereich sind. Das kann man schon sagen, aber man muss natürlich schon noch schauen, wie kann so ein Unternehmen dann auch letztendlich Geld verdienen. Weil wie du schon sagst, aktuell ist eben die Nachfrage nach den Services ist da, aber die Kosten der Serviceerbringung sind natürlich wahnsinnig hoch. Und klar sinken die jetzt sehr wahrscheinlich durch effizientere Chips und so weiter. Aber 150 Milliarden ist natürlich schon eine Ansage zumal, wenn man da jetzt eben investiert auf so eine Bewertung, muss man ja davon ausgehen, dass man mal mindestens auf drei eher 500 Milliarden Bewertung kommt. Und da gibt es jetzt auch nicht so viele Unternehmen, die das erreicht haben bisher. Außer, sagen wir mal, Saudi Aramco und hier den Freunden von Novo Nordisk. Ich glaube, die sind jetzt langsam auch irgendwie da auf der Größenordnung ein bisschen drunter. Also hier Osambic und Wegovi sind das ja eigentlich alles Tech-Unternehmen mit sehr, sehr, sehr starken Business-Modellen. Und da muss man natürlich mal schauen, ob das realistisch ist, für ein Open AI sich in so eine Richtung zu entwickeln. Aber gut, also deswegen Peak AI weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall mal ein Zeichen dafür, also da kann man jetzt kein 10x mehr drauf. Also da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass da keiner, der da rational drauf schaut, davon ausgeht, dass da mal ein 10x entstehen wird auf so einer Bewertung. Also gut, wie gesagt, aber ich merke schon, dass du deutlich selektivere Sicht auf AI-Themen hast im Investment-Bereich. Also es wird schon sehr genau geprüft, ist das ein Feature, ist das eine Company, ist das verteidigbar. Dann hast du natürlich schon das eine oder andere Startup, jetzt eben auch ein Aleph Alpha, beispielsweise jetzt hier, wo sich wahrscheinlich ja zeigt, dass die Erwartungen doch zu hoch waren. Insofern ist das schon eine gewisse Zurückhaltung, die sieht man schon. Größtes Problem der Branche, und das hat sich auch nicht geändert, ist geringere Exit-Aktivität oder geringe Exit-Aktivität. Das ist ja einer der Haupttreiber, den wir letztendlich brauchen. Geld muss wieder zurückgeführt werden an Investoren und das findet gerade in einem deutlich zu geringen Ausmaß statt. Das ist ein VC-Problem, das ist aber auch ein PE-Problem. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass letztendlich die Exit-Märkte wieder stärker in Gang kommen. Also in der Regel ja dann erstmal mit einem IPO-Markt, der wieder deutlich aktiver ist. Und da hast du halt Wahnsinns-Rückstau, wenn du jetzt mit Investmentbanken sprichst, in den USA, aber auch hier von Unternehmen, die eigentlich an die Börse wollen und sich aber noch nicht so richtig trauen. Also Springer Nature ist jetzt gerade in die Börse gegangen, das ist ja so ein halbes Tech-Unternehmen, das hat auch gut funktioniert. Aber sagen wir mal so, von den Software-Unternehmen passiert schon deutlich weniger als vorher und auch von den großen Akquisitionen passiert halt deutlich weniger als vorher. Und das muss natürlich wieder in Gang kommen. Wir sind gerade im Fundraising als Project A. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn du ein etablierter Fonds bist mit halbwegs Track-Record über 10, 15 Jahre, das geht ganz gut. Gut, das war jetzt eben auch Cherry oder so zum Beispiel, hat auch gut funktioniert nach dem, was ich gehört habe. Bei uns wäre ich jetzt auch ganz optimistisch, dass wir das gut abgeschlossen kriegen. Aber klar, es geht ja nicht nur darum, Geld aufzunehmen, sondern im Prinzip auch Geld zurückzuführen. Und das führt dann wieder zurück zu der Exit-Thematik. Und da haben wir eigentlich keine Veränderungen seit zwei, drei Jahren. Bleiben wir mal ganz kurz bei dieser Frage Feature, sozusagen Feature versus verteidigbares Geschäftsmodell. Wenn ich diese Berichte nicht nur über OpenAI, sondern auch andere AI-Tools lesen, ist ja die Anwendung in der Praxis teils eher rückläufig. Entweder bist du implementiert im Rahmen einer großen Plattform, wie zum Beispiel der Adobe Creative Suite. Da gibt es dann AI-Tools. Das ist dann so ein bisschen wie der Zauberpinsel oder irgendwie das Fettmalen oder irgendwas Ausmalen. Das nehmen dann die Nutzer gar nicht mehr als AI-Tool wahr. Also wenn es quasi eine echte, wenn es quasi so convenient ist, dass du es gar nicht mehr als Tool wahrnimmst, dann wird es auch genutzt. Das ist ja noch ein Problem von OpenAI. API ist ja kein soziales Netzwerk, was so klassische Netzwerkeffekte hat, sondern muss das ja mal aktiv aufmachen als Suche. Und das ist mir ja vor kurzem jetzt die neue Pixel 9 Werbung aufgefallen, also das neue Google Handy, was es gibt. Ich bin ja selber ein Pixel Nutzer. Und die werben halt ganz klar damit, Google Gemini, du kannst quasi, das Handy ist ja dein Interface, die Suche ist ein Interface, die Sprache ist ein Interface. Du kannst dann ins Handy sagen, bitte machst ein Foto, was soll ich aus diesen Sachen machen, zeig mir eine Bastelanleitung. Das ist dann schon so nativ integriert, da denkt man dann gar nicht dran, noch OpenAI zu öffnen und schon gar nicht die Bezahlversion. Da habe ich mich jetzt auch schon von 1, 2 Bezahlversionen hier in unserer Familie getrennt. Ich habe noch eine, bin aber selber schon überlegen, brauche ich das eigentlich noch, weil diese alternativen Tools, die dann auch, ich lebe ja in der Google-Welt, die dann verfügbar sind, die sind eigentlich so gut. Und diese 150 Milliarden Runde von OpenAI, die wird ja so ein bisschen damit begründet, dass man jetzt irgendwie von 6 Milliarden Umsatz auf 12 Milliarden Umsatz wachsen will. Das sehe ich aber gar nicht mehr so stark auf der End-Consumer-Ebene. Also entweder wird es dann auch eingebettet und ist irgendwie das primäre Tool für Apple, um sozusagen dann die Anfragen abzufedern. Dann kriegen sie aber nur eine Art Dienstleister-Marge und nicht mehr so eine Premium-Produkt-Marge. Wie guckst denn du da aus einer AI-Tool-Sicht drauf? Sie haben ja da selber gerade im Portfolio da auch einen sozusagen Investment laufen, glaube ich. Ich kann auch noch was drüber erzählen, aber ich bin da deutlich weniger bullisch. Also ich glaube, es ist eine lebensverändernde Technologie, total. Aber ich installiere mir jetzt nicht 20 weitere Apps, also kreative vielleicht. Ich nutze ja weiterhin diese Video-Übersetzungs-App von HeyGen, wo ich dann irgendwie Weihnachtsgröße auf Hindi an indische Kunden schicke. Aber da bin ich eine Ausnahme. Die meisten anderen machen das gar nicht und da muss man als Spielkind sein. Die allermeisten sind aber keine Spielkindern. Wie guckst du da als Investor drauf? Ja, also genau das ist ja die Schwierigkeit. Das ist ja genau das, was wir mit der Feature versus Company, also das ist ein Aspekt von genau dem. So, das ist was ich 100 Prozent unterstreichen würde und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie schwer es ist, Nutzer dazu zu bekommen, in der größeren signifikanten Anzahl etwas Neues in ihren Gewohnheits-Set sozusagen reinzubringen. Und deswegen, man kann ja trotzdem Geld verdienen. Also in dem Sinne, auch als Embedded-Tool kann man Geld verdienen. Also das muss nicht so schlecht sein, wie du es jetzt beschreibst mit der Dienstleister-Fee. Also man kann ja durchaus, wenn man es eben schafft, die Daten dann aus dieser Einbettung schlau zu nutzen, wenn man das im Prinzip schafft, das als Upselling-Partnerschaft darzustellen, weil man halt einfach zu einem sozusagen jetzt demjenigen, der halt die App betreibt. Das ist ja so ein bisschen wie Embedded Finance, sag ich jetzt mal, also wo du quasi eine Finanzdienstleistung in einen Shop irgendwo integrierst, auch das kann ein durchaus lukratives Geschäft sein. Das ist nicht so, dass die Marge immer bei dem sein muss, der den Kundenzugang hat, vorausgesetzt, man ist im Prinzip halt nicht commoditisiert als Serviceanbieter. Ich glaube, das Wichtige ist halt, wenn man einen klaren Fahrt dazu hat, in irgendeiner Weise differenzierte Dienstleistung oder in einer besseren Qualität zu erbringen und da auch darlegen kann, warum man das in der Lage sein wird zu bringen. Und selbst so eine Art, also wie Intel Insight oder so, dass auch Intel hat ja jahrzehntelang damit sehr, sehr gutes Geld verdient, obwohl sie quasi nicht den direkten Kundenzugang hatten. Insofern würde ich das nicht per se abtun, aber ich glaube, die Kernfrage ist halt, ist man wirklich in der Lage, relativ umfangreiche Feature quasi darzubieten und das im Prinzip auch dauerhaft in der überlegenen Form. Und dann wird es natürlich schon eng, muss man sagen, was dann noch in Frage kommt. Also wir haben jetzt gerade, also wo wir auch dran glauben, dass du im Prinzip für bestimmte Industrie-Verticals oder für bestimmte funktionale Fachbereiche, dass du dort aufgrund des überlegenden Datensets, was du da eventuell aufbauen kannst, über verschiedene Kunden hinweg, dass du da schon eine verteidigbare Position für Spezial-Use-Cases aufbauen kannst. Also wir haben gerade in so eine Agentenfirma investiert, die oder schon vor anderthalb Jahren ungefähr, die halt Sales-Agenten quasi anbietet, also die Sales-Mitarbeiter supporten und bis zu einem gewissen Grad deren Tätigkeit entweder unterstützen oder zum Teil auch schon komplett automatisieren und damit auch sehr gute Erfolge erzielen. Und die These ist da natürlich, die werden das dauerhaft hinbekommen, weil sie halt bei so vielen Unternehmen nur für diesen Use-Case eingesetzt werden, dass sie eben bessere Resultate erzielen werden als die generischeren Modelle. Da brauchst du aber natürlich Use-Cases, die hinreichend komplex sind, dass sich ein individuelles Datenset lohnt und gleichzeitig musst du im Prinzip halt in der Lage sein, effizient Kunden zu gewinnen und auch bei dir zu behalten, um dann eben sozusagen die Kosten der Datensammlung und der Serviceerbringung dann auch letztendlich zu amortisieren. Und dass jetzt die Firma, wo wir da investiert haben, heißt ElevenX, da ist jetzt auch gerade deshalb bekannt geworden, weil da auch Benchmark investiert hat, die nur ganz wenige Investments machen in Europa, ist ja so einer der Top-Investoren, sicherlich mit Sequoia global und was jetzt auch ein Gerücht ist und das könnte auch stimmen, dass da Andreessen Horowitz jetzt auch noch investiert, also es wäre schon grandios, wenn das jetzt kommt, so schnell, also das zeigt, da gibt es… Nein, nein, das natürlich nicht, sondern deine Sales-Mitarbeiter können sich dann auf die sinnvolleren Tätigkeiten konzentrieren und nicht mehr auf sozusagen langweilige Nachbereitungs- und Vorbereitungstätigkeiten, sondern eher auf etwas strategischere, wertschöpfendere Dinge. Was macht denn so ein Agent? Machen die dann diesen LinkedIn-Outreach oder… Also die können LinkedIn-Outreach machen, die können aber auch sozusagen nach einem Meeting, die können Webinar- oder Demo-Termine vereinbaren, die können im Anschluss an so einen Termin dann Unterlagen versenden, die personalisiert wurden für die Personen, die können eine Datenanreicherung machen. Also sprich, wenn du jetzt ein Lead hast in irgendeinem Unternehmen, dann wird aus allen möglichen anderen Datenbanken automatisiert in HubSpot oder Salesforce oder worüber dein Lead verwaltet wird, wird dann letztendlich werden da verschiedene Daten hinterlegt zu diesem Lead. Es können zum Beispiel sozusagen jetzt Gesprächsprotokolle mit reingelegt werden, der Mitarbeiter kann reminded werden, dass er noch gewisse Dinge tun muss, genau. Also wir haben jetzt noch einen zweiten Agenten, der voice-basiert ist, Jordan. Jordan kann dann wirklich sozusagen auch erst Demo-Meetings alleine durchführen, also klappt auch schon echt ganz gut, muss man sagen. Genau, aber es geht eher um eine ergänzende Tätigkeit und im Prinzip darum, den eigentlichen Sales-Mitarbeiter produktiver zu machen. Und ist dann der Kampf von so einem sozusagen 11x, selber so eine Sales-Plattform zu werden, so eine Oberfläche zu werden, wo man sich einloggt versus ein Feature innerhalb von Salesforce, wo man es gar nicht mehr wahrnimmt, weil Salesforce würde ja auch wahrscheinlich zu mir kommen oder zu uns, wir sind ja Salesforce-Nutzer, die dann sagen, komm, wir haben ja auch so einen Agenten programmiert, der ist voll embedded, funktioniert schon mit allen Daten, super secure, müsst ihr gar nichts nach außen leiten, braucht ihr das, das ist ja auch so ein Riesenthema gerade. Absolut, das ist genau das Thema. Ja, das ist ja auch so ein Wettbewerb, wo du sagen würdest, okay, wir müssen eigentlich gucken, entweder ist man das Tool, was der Sales-Mitarbeiter selber öffnet oder ist es ein Feature bei Salesforce und dann hast du natürlich auch den Wettbewerb, dass dann Salesforce irgendwann kommen kann und sagt, wir haben jetzt was Eigenes. Klar, also das ist immer natürlich das Problem, also das ist eben genau sozusagen der Kampf, den du dann natürlich führst als so eine Firma, dass du sagst, aufgrund von sozusagen meiner Konzentration auf genau dieses Thema werde ich im Prinzip in der Lage sein, da was Besseres zu bauen. Das ist ja letztendlich die Hypothese und da hast du völlig recht, wenn du da jetzt nur ein einziges Sales-Tool hättest, was Salesforce eben dann anbietet. Das Argument hier ist natürlich, wir arbeiten mit HubSpot, wir arbeiten mit Pipedrive, wir arbeiten mit Kunden, die bei Salesforce sind. Aber genau das ist genau diese Diskussion, die man dann eben führen muss und sagen muss, hat man da wirklich eine Chance und hat es hier Sinn, quasi eine Sales-System-übergreifende Lösung zu bauen und hat die eine Chance, besser zu werden als das, was jetzt ein Salesforce oder ein HubSpot oder wer auch immer da wahrscheinlich als eigene Agenten anbietet. Okay, verstehe. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall besser als die aktuelle Lage bei LinkedIn. Ich lese dir mal eine Meldung vor, die ich jetzt gestern bekommen habe oder vorgestern von einem LinkedIn, ich weiß gar nicht, ob es ein Chatbot war oder eine Person, der hat geschrieben, Hi Alexander, just a final note to check if there is a convenient time for further discussion. Enhancing your product security could be a key differentiator for, look, winning in the platform economy, increasing customer loyalty and satisfaction. Ich habe gerade das neue Plattformbuch bei mir als sozusagen Hauptbeschäftigung eingegeben, so aus Marketinggründen und er möchte mir da jetzt einen Security-Test verkaufen. Ist offensichtlich komplett falsch gelandet bei mir, wir hatten noch nie drüber gesprochen. Ja, die E-Mail schließt dann natürlich mit so einer Call-to-Action, Free Consultation, hier ist mein Mietlie-Link, wo ich mir dann sage, okay, das ist mittlerweile ein Großteil der Anfragen, die man bei LinkedIn bekommt. Ich hoffe, das macht dann das Tool, in dem ihr investiert seid, ein bisschen smarter und überlegt sich, ob das Produkt, was ich als Beschäftigungsort gerade angebe, auch wirklich ein Produkt ist, an das ich verkaufen kann. Das hoffe ich auch. Also wie gesagt, aktuell bin ich da ganz optimistisch. Aber das sind genau diese Art von Themen. Also bleiben wir mal kurz beim Thema Investment. Eine halbe Stunde vor der Aufzeichnung dieses Podcasts habe ich eine E-Mail bekommen von einem Makler, den kannte ich vorher nicht, habe noch keine Beschäftigungsbeziehung mit ihm, der mir hier ein Proposal geschickt hat. Das ist ganz interessant, was man für Proposals immer bekommt. Der hat ein Proposal geschickt für ein Investment in einen Mini-Balka, also so ein kleines Schiff, was in der Ostsee fahren kann, was 2025 ausgeliefert wird. Und kostet irgendwie sieben Millionen und soll quasi, da können quasi betuchte Menschen dann am eigenen Kapital ein bisschen partizipieren. Und ich habe mir gedacht, du bist ja sozusagen hundertmal berühmter und viel bekannter in der Szene, du bekommst wahrscheinlich jeden Tag verschieden diese Investment Proposals. Und wenn ich das so bekomme, das klingt ja wie so ein geschlossener Immobilienfonds und stelle ich mir vor, da müssen ja wirklich Leute geben, die dann da 200.000 Euro investieren, was dann irgendwie so eine Art festverzinstes Ding ist. Also 3% plus Euribor schlagen die vor und erzählen dann so ein bisschen, wie sich dieser Schiffsmarkt verändert und warum diese besonders effizient konsumierenden Schiffe in Zukunft eine größere Rolle spielen, auf welchen Strecken die fahren. Das habe ich mir jetzt mal so durchgescannt, macht doch erstmal Sinn. Aber wenn ich das vergleiche mit dem Aufwand, den wir als Business tätigen mussten oder dem fast jedes Startup-Business irgendwie tätigen muss, um den Markt zu erklären, um Geld zu bekommen, teilweise auch viel weniger Geld zu bekommen, wirkt das für mich erstmal so ein bisschen schräg. In wie viele Schiffe hast du in deinem Leben schon investiert? Wo bist du schon überall beteiligt auf der Strecke Singapur-Rostock? Bisher noch gar nicht, ehrlicherweise. Ich habe mir irgendwann geschworen, ich investiere nur in Dinge, die ich irgendwie so halbwegs verstehe. Das habe ich bis auf eine Ausnahme, da habe ich in eine südafrikanische Goldmine investiert, auch konsequent eingehalten. Und das klappt zwar trotzdem nicht immer, aber in Schiffsfonds habe ich bis jetzt nicht investiert. Ich bin mir sicher, das geht auch irgendwie. Also da kann man sicherlich auch gut Geld verdienen. Da gibt es ja diverse Leute, die damit sehr gut gefahren sind. Aber das wäre jetzt nicht mein Anspruch. Ist jetzt in deinem Freundeskreis auch jetzt nicht ein gehyptes Thema? So wie früher Immobilien ein ganz großes Thema waren, wo man sagt, Schiffe für Schiffe, der Kühne hat so viel Kohle gemacht mit Tappag-Leutel. Wenn man jetzt investiert, holt man in fünf Jahren auf der nächsten großen Welle, wenn es nicht nach oben geht, holt man die ganze Rendite raus. Nein, das habe ich gerade jetzt nicht mitbekommen. Bleibe ich dann gleich mal. Erneuerbare Energien ist natürlich immer noch ein Thema. Liebe Frau. Photovoltaik-Anlagen und sowas. Und das ist heißes Ding. Trotz der aktuellen Unsicherheit im Markt. Da bräuchte ich jetzt diesen Agenten, der jetzt eine Ablehnungs-E-Mail schreibt. Oder irgendwas Nettes, wo dann drinsteht, diese tollen E-Mails, die man immer in den USA bekommt. Wie super fantastisches Produkt, mega Meeting sozusagen. Der Wipe-Up hat gestimmt, aber es passt gerade zur Zeit nicht. Das ist gerade nicht im Investmentfokus. Das würde dann 11x für dich machen. Das würde 11x für mich machen. Okay, sozusagen diese E-Mails dann beantworten. Okay, dann. Vor allen Dingen würde 11x auf der anderen Seite ungefähr 700.000 Leute kontaktieren und 3% plus Euribor für irgendwelche Fonds versprechen. Aber eigentlich wäre das doch doch ein Tool für dieses Maklergesellschaft, dass Leute effizienter anschreiben. Absolut. Also das ist natürlich auch die Idee, dass natürlich auch die Anschreiben besser, personalisierter werden. Das ist ja auch schon einer der Kern-Use-Cases von Gen.AI, die auch wirklich Sinn machen, dass man wirklich eben eine passende E-Mail schreibt oder einen passenden Anschreibetext, wo man wirklich erkennt, was sind denn wahrscheinlich die Themen von dieser Person. Und klar, da wurde hier wahrscheinlich jetzt bei dir in deinem Fall die Signale etwas falsch erkannt, dass du trotz deiner Plattform-Tätigkeit jetzt mit dem Buch gerade vielleicht nicht immer das jetzt ganz oben auf deinem Fokus hast. Aber vom Grundsatz her ist diese Idee ja schlau. Ja, für mich hat auf jeden Fall im Anschreiben abgeholt, dass das ein Schiff mit der höchsten Eisklasse 1a ist. Das ist offensichtlich ein Qualitätsmerkmal. Werde ich jetzt demnächst, wenn ich auf der Gila Förde mit den Fördefähren von sozusagen Ostufer auf Westufer übersetze, werde ich mal nach einer Eisklasse fragen und da mein Know-how sozusagen mal preisgeben. Okay, gehen wir nochmal in den E-Commerce-Markt. Wir haben ja in der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, ein paar Dinge sozusagen übersprungen bei Timo und Schienen, aber da wollen wir heute noch nicht wieder zurückspringen. Da sammeln wir erstmal weiter Informationen. Da habe ich aber gleich auch nochmal was für dich, was ganz, was ganz Spannendes. Das, was diese Woche ja den Markt aufgeschreckt hat oder was für aufmerksam gesorgt hat, ist ja die, ist ja die Rückgabe von Netaporte Jux an MyTheresa. Die haben das irgendwie, also Jochen Chris schreibt, kriegen das irgendwie geschenkt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so ein Deal funktioniert. Richemont hat ja dieses Unternehmen vor kurzem von der Börse genommen, vor ein paar Jahren für einen Milliardenbetrag. Da verschenkt man das doch nicht einfach so weiter. Wie guckst denn du da drauf? Ist das jetzt gesunde Konsolidierung? Und MyTheresa geht dann am Ende als Gewinner hervor, die dann langfristig wieder spannende Renditen hervorbringen. Das ist ja die Theorie, die ja jetzt alle irgendwie nachgehen. Diese schwierige Marktphase sorgt für deutlich gesündere Unternehmen. Ist MyTheresa dann ein deutlich gesünderes Unternehmen und dürfte der Börsenkurs dann massiv steigen? Kann man da wieder dran glauben? Und wie guckt da am Ende so ein Richemont drauf? Warum hat es nicht funktioniert? Hast du eine Meinung zu? Ja, also ich würde schon vermuten, ehrlicherweise, dass das eine Chance hat zu funktionieren, muss man sagen. Also ich habe, weil grundsätzlich ist ja dieser Luxus-Fashionmarkt eigentlich ein sehr dankbarer Markt, weil du da ja, das siehst du ja auch letztendlich im Bereich Parfümerie, immer dann, wenn quasi Produktzugang ein Differenzierungsfaktor ist, dann hast du ja eigentlich eine relativ gute Chance im Handel ziemlich gut zu performen. Warum? Weil sozusagen du das Problem nicht in dem Maße hast, wie es ja viele andere haben, dass du selbst relativ viel Geld für Branding ausgeben musst. Das musst du ja nicht, weil das ist sozusagen durch die Fashionbrands erfolgt. Und wenn du dann einen begrenzten Produktzugang hast, dann ist ja alleine der Fakt, dass du sozusagen über Ware verfügst, reicht dann schon aus, um quasi in einem gewissen Kundensegment hier eben eher die Leute, die halt bereits sind, 500, 600 Euro für eine Bestellung auszugeben im Fashionbereich. Das ist jetzt nicht unbedingt der Massenmarkt, sondern das ist ein oberes Kundensegment, dass von denen dann relativ regelmäßig Wiederholungskäufe bei dir stattfinden zu ziemlich erträglichen Marketingkosten. Und das ist ja auch etwas, wovon jetzt du im Parfümeriebereich profitierst. Also Douglas kann man ein ähnliches Phänomen sehen, wo man einfach sagt, okay, wenn man den Produktzugang hat zu gewissen Parfummarken, die durch große Brandingbudgets aufgebaut werden und dann hast du im Prinzip den einfachen Produktzugang, dann ist das eigentlich eine ziemlich gute, letztendlich in sich funktionierende Proposition. Und deswegen hätte ich schon die Hoffnung, dass das durchaus mit einem Zurückkommen des Consumer Sentiments ein in sich gut funktionierendes Modell sein kann. Weil Richemont, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das klar ist, das ist ja neben LWM Arschreich die größte Luxusgruppe der Welt, auch aus Frankreich kommt, verfügen selbst über eine Reihe von Modemarken, sind da natürlich eine absolute Instanz in dem Bereich. MyTheresa hat ja auch jetzt schon einen sehr guten Produktzugang gehabt und der wird sich dadurch mit Sicherheit nicht verschlechtern. Gleichzeitig hast du massive Probleme bei Farfetch. Also, das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen, die dann übernommen worden sind von einem koreanischen Anbieter, meine ich. So, und da ist natürlich die relative Position von MyTheresa, beziehungsweise dem Zusammenschluss, Jux, Net-Apoté, MyTheresa. Also, auch das ist ja schon ein Zusammenschluss gewesen. Es gab ja vorher die Jux-Gruppe, die war ein Standalone-Player, der dann mit Net-Apoté-Zusammengang ist. Und jetzt sind eigentlich die drei relevantesten Player jenseits von Farfetch im Online-Fashionhandel, sind ja jetzt also High-End-Luxus-Online-Fashionhandel zusammengegangen. Also, da müsste man, glaube ich, schon grobe Fehler machen auf der handwerklichen Execution-Seite, wenn man da nicht bei, wenn man unterstellt, dass es eine gewisse Rückkehr des Konsumenten-Sentiments gibt, erfolgreich unterwegs sein wird. Ja, ich glaube, MyTheresa, wenn ich mich richtig erinnere, wo ich richtig erinnere, wurde ja von Neyman Marcus gekauft, 17, 18 irgendwie oder 19. Und dann ist ja Neyman Marcus ins Event gegangen und dann haben sie sich wieder getrennt. Dann ist quasi MyTheresa wieder solo an die Börse gegangen. Damals noch mit irgendwie, ich glaube, drei Milliarden, jetzt sind sie aber runtergefallen auf, wenn ich jetzt bei Jochen mal reinluschere, ich glaube auf 300 Millionen, genau, also sozusagen ein Zehntel. Und diese These, die du beschreibst oder dieses Sentiment, was du beschreibst, dass Luxus eigentlich ein total attraktiver Markt sein müsste, hat sich jetzt ja für fast alle diese Player nicht wirklich erfüllt. Also, MyTheresa ist jetzt kein Selbstläufer gewesen, Neyman Marcus auch nicht, Netopaddy, Jux, der Zusammenschluss hat nicht so funktioniert, nicht gehebelt, so Farfetch hat am Ende ganz eigene Probleme gehabt. Ich glaube, Farfetch ist im Kern ein gutes Geschäftsmodell, aber hat halt so viel, so krass skaliert in verschiedenste Bereiche, dass sie einfach in die Unprofitabilität gewandert sind, gehören jetzt Coupang, glaube ich, sozusagen, das liegt jetzt bei Farfetch. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass sich da jetzt eine große Plattform rausgeschält hat, weil sie diesen Kundenzugang hat und da richtig Geld verdient hatte. Entweder, weil die Marken dann doch zu stark waren in der Verhandlungsmacht, nicht genug Marge abgegeben haben oder weil die einzelnen Plattformen sich so ein bisschen verlaufen haben in ihrer Strategie. Glaubst du denn, dass jetzt dieser Rückzug von der einen oder anderen Direct-to-Consumer-Strategie, Nike ist ja das populärste Beispiel, dass sie sagen, hey, wir schaffen gar nicht, diesen Endkundenzugang selber zu ownen. Wenn das Nike schon nicht schafft, dann wird es für den Hermes ähnlich schwer sein oder für Mont Blanc. Die sind also angewiesen auf diesen Hohlzähl-Kanal, dass das jetzt das Panel so ein bisschen zurückschlägt? Also ich glaube, noch schlechter oder noch stärker in die eine Richtung, also in die ungünstige Richtung kann es eigentlich nicht schwingen. Und ich finde jetzt in dem Bereich macht das vorausgesetzt, du hast halt den Warenzugang. Und das ist ja die Hypothese, das ist eben Jux, Net, Apothe, Mai, Teresa, wie auch immer die das dann am Ende nennen werden, diesen Zusammenschluss, dass die ja eigentlich schon, weil das war ja auch immer ein Stück weit das Problem von Farfetch nach meinem Wissensstand, dann doch eben nicht den Top-Warenzugang. Irgendwelche komischen Experimente im Bereich quasi dann Marken zu kaufen, wo du sagst, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Dann gleichzeitig noch eine Tech-Strategie, das könnte man wahrscheinlich noch irgendwie rechtfertigen, aber dass da schon auch strategisch komische Entscheidungen gefällt worden sind. Und das, wenn das jetzt hier nicht passiert, sondern einfach sagen, ich habe eine total solide Handels-Experience, ich habe einen sehr, sehr guten Warenzugang und ich bin im Prinzip global die Online-Instanz, wo ich, wenn ich eben Produkte ab einer gewissen Preisklasse und Exklusivität suche, dann finde ich das hier. Dass man da eigentlich schon eine Chance haben müsste, um entsprechend erfolgreich zu sein. Und jetzt ist ja die Bewertung, also wenn du jetzt das verfolgst, die Nachricht wurde an der Börse ja grundsätzlich positiv aufgenommen. Also der Mai-Therese-Aktienkurs hat sich quasi verdoppelt. Sie sind jetzt auf 600 Millionen US-Dollar Börsenkapitalisierung. Und das nach meinem Verständnis irgendwie bei einem Umsatz, also es ist ein Umsatz von unter 1. Ja, ich glaube, die hatten 800 Millionen Dollar im Jahr und waren vorher bewertet, vor dieser Übernahme mit 350 Millionen, also quasi 0,6er-Multiple. Und jetzt kommen aber, ich weiß gar nicht, wie groß Jux mit der Börse sind. Ich glaube, die sind ja in Summe deutlich über eine Milliarde groß. Ich glaube sogar zwei. Jetzt muss ich mal reingucken. Also quasi der Multiple ist immer noch relativ gering, aber das ist ja das, was mich so ein bisschen überrascht, wenn das jetzt ein normales Massenbrand-Geschäft wäre, wo dann quasi die Hebel nicht so stark sind. Dann ist es ja das eine. Aber jetzt ist es ja die einzige verbliebene relevante Plattform. Also Farfetch kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr so ernst nehmen. Andere Lux, es gibt vielleicht noch irgendwie Spezialplattformen. Bräuniger steht auch zum Verkauf, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die haben bestimmte Looks, in dem Bereich haben sie, fehlen ihnen ja auch viele Brands. Das wäre jetzt das deutsche Äquivalent dazu. Wäre das ja so eine Wette für die nächsten zwei, drei Jahre. Wir geben hier natürlich keine Anlagetipps, aber wer auf den Luxusmarkten wettet, da sind jetzt die Puzzleteile, die man auch so von außen sehen kann, sind jetzt eigentlich ganz spannend zusammengefügt in der MyTheresa-Welt. Ja, und ich sage mal, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja wirklich so, die müssen auch nicht die Schulden übernehmen. Die kriegen sozusagen Juxnet-Apothe quasi kostenlos obendrauf, kriegen dann noch Geld obendrauf und Juxnet-Apothe, also nicht MyTheresa, sondern Juxnet-Apothe war ja doppelt so groß wie MyTheresa vorher. Das heißt, die waren bei knapp einer Milliarde Umsatz oder GMV, muss man ja sagen. Und GMV von Juxnet-Apothe lag ja bei über zwei Milliarden. Das heißt, also insgesamt redest du jetzt von einer drei Milliarden GMV-Firma im Luxusbereich, die quasi schuldenfrei da ankommt. Und das ist ja auch gegenüber den Marken nochmal eine ganz andere Verhandlungsmacht, was Warenzugang und so weiter. Und wie gesagt, Warenzugang, nach meinem Verständnis, in dem Segment ist der absolute Kern. Und gerade wenn das eben trifft auf Marken, die für sich erkennen, ja, Direct-to-Consumer ist grundsätzlich eine schöne Idee, aber es ist vielleicht in der Abwicklung und sozusagen im Erhalt des Kundenzugangs vielleicht doch zumindest teilweise oder auch vollständig besser da auf Händler zu setzen, weil ich ja sowieso quasi sehr genau vorgeben kann, wie meine Ware positioniert wird, präsentiert wird und so weiter. Weil es sowieso eher ein knappes Gut ist, wo ja Ware quasi zugeteilt wird. Wenn die Nachfrage wieder ein bisschen zunimmt, dann wird sich ja wieder dieser Effekt einstellen, wie wir ihn ja auch hatten. Das ist eben wirklich eher ein Fashion-Bereich, hast du ja immer das Problem, dass gewisse Dinge, die sehr schnell drehen, die gibt es nicht genug. Und dann hast du sozusagen Produkte, die drehen sich nur sehr langsam. Und im Luxusbereich ist es ja schon immer nochmal deutlich ausgeprägter gewesen, zugunsten, was ja die Verhandlungsmacht der Marke letztendlich gegenüber den Points of Sale, egal ob jetzt online oder offline, nochmal deutlich verstärkt hat. Also eigentlich wäre ich ja auch guter Dinge, dass bei einer 3 Milliarden GMV Perspektive, das ist 0,2 mal GMV jetzt von der Börsenbewertung, wenn ich das hier richtig sehe bei Google Finance, dann muss eigentlich was gehen. Wenn sie Gewinne erwirtschaften, dann läuft's. Ja. Okay, müsste man darauf wetten, ob sie Gewinne erwirtschaften kann. Ja, und ob sie es natürlich schaffen, sozusagen eine technische Plattform dahinter zu, also ob jetzt auch diese Konsolidierungsarbeit, das sehe ich auch im Private Equity Bereich, wo wir unterwegs sind, da wird auch häufig dazu gekauft. Es werden aber IT-Plattformen weiter gepflegt. Das war ja auch bei Delivery Hero, auch mein Verständnis ist immer noch eins der Themen, dass es eben nicht gelungen ist, die dazu gekauften Marken und Player, dass die dann eben wirklich auf ein integriertes IT-System überführt wurden, worüber dann ja auch Synergien letztendlich wirklich erwirtschaftet ist. Das muss jetzt natürlich auch gelingen. Aber ich glaube, strukturell von der Business-Logik her macht das nach meinem Verständnis total viel Sinn. Und es zeigt ja auch quasi, wie Richemont offenbar jetzt sozusagen die eigenen Kompetenzen in dem Bereich da einschätzt, wenn sie zu so einem günstigen Preis sowas jetzt irgendwie abgeben an MyTheresa. Aber gut, die sind jetzt ja weiterhin noch ein Drittel, sind der größte Shareholder nach meinem Verständnis von der gemeinsamen Einheit. Ja, also insofern würden sie auch wesentlich davon partizipieren, wenn's klappt. Also jeder zieht sich so ein Stück zurück auf sein Kerngeschäft. Ich kann mich erinnern, dass Jux auch mal so eine Technologie-Offering hatte für Marken und Partner, denen dann Online-Shops bereitzustellen. Die waren so ein sehr früher Anbieter, fast im Wettbewerb zu Netrada damals. Farfetch hat das ja auch gemacht, haben sich auch als Technologien-Sgleis dahingestellt, ziehen die jetzt auch ein Stückchen zurück. Dann gab's noch vor zwei Wochen eine Meldung, dass die Hut Group, die haben ja auch so eine Technologie-Arm, wo sie dann für Marken, Shops, Infrastruktur, Marktplatzanbindungen aufbauen wollten oder aufgebaut haben. Die Ingenuity ziehen sie auch zurück. Ist das so ein genereller Trend, den man jetzt in der Konsolidierungsphase sehen kann, dass quasi alles, was nicht zum Core, 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 Core-Geschäft gehört, was eigentlich ein spannendes Plattformpotenzial hatte, das wird trotzdem jetzt abgestoßen, einfach um den EBTA wieder zu maximieren, weil das ist, was die Börse will. Weil eigentlich ist ja falsch, eigentlich müsste man stärker in dieses Plattformgeschäft rein, um langfristig da Produktmargen unabhängige Erlöse zu erzielen. Die braucht man ja, sonst ist man ja wieder nur am Tropf der Marken langfristig. Eigentlich will man ja in diese Art von Dienstleistungskäft rein. Aber alle ziehen sich jetzt so ein Stückchen zurück. Ich würde das auch teilen. Also ich glaube auch, es wäre eigentlich strategisch das Richtige, das zu tun. Also sprich, so ein Technologiegeschäft zu betreiben. Wir fanden das ja auch damals, weiß ich auch noch, als wir die Diskussion geführt haben, wir fanden das ja eigentlich schlau von The Hard Group, wir fanden es auch schlau von Farfetch, das zu tun. Es wurde halt wahrscheinlich, so wie es aussah von außen, nur einfach nicht gut umgesetzt. Und wie so häufig, das finde ich ja sehr spannend, das schaffen ja viele nicht, mental den Unterschied zu machen zwischen, etwas läuft jetzt hier gerade nicht, deswegen stoße ich es ab. Das ist ja so eine übliche Verhaltensweise. Aber eigentlich muss man die Entscheidung ja treffen, es läuft jetzt hier gerade nicht. Ist das eigentlich ein strukturelles Thema? Also habe ich mich strategisch vertan? Oder mache ich es einfach nur handwerklich nicht richtig? Und deswegen läuft es nicht. Aber diese Unterscheidung fällt Unternehmen und Menschen nach meiner Erfahrung, gerade auch der letzten zwei, drei Jahre, wahnsinnig schwer. Da sozusagen eine Differenzierung hinzukriegen, habe ich hier ein strukturelles Problem? Habe ich mich strategisch vertan? Oder gibt es einfach nur ein handwerkliches Thema? Ich bin aber strategisch eigentlich auf dem richtigen Pfad. Ich mache es nur nicht richtig. Diese Differenzierung sauber hinzubekommen, ist natürlich auch wahnsinnig schwer, weil das sind politische Entscheidungen. Man muss ja sehen, also die haben damals, Juxnet-Apothe hat Richemont mal für über fünf Milliarden übernommen. Das heißt, also ich bin mir sicher, wenn jetzt sowas da reingerollt wird in irgendwas anderes für quasi nix und dann noch Geld obendrauf gegeben wird. Also das ist ja verbunden mit... Die kennen das Konzept der Sankt-Cost, sagst du. Ja, genau. Aber das ist verbunden mit, wahrscheinlich mit irgendwelchen Köpfen, die da gerade rollen. Also insofern, das ist... Aber das ist eigentlich ganz spannend. Und ich gebe dir völlig recht, es wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, dort zu investieren. Aber es fällt Organisationen wahnsinnig schwer, das zu tun. Und gerade aber natürlich so jemand jetzt wie Richemont, die könnten da wahrscheinlich... Also die sind ja nach meinem Verständnis immer noch primär family-owned. Die könnten sowas natürlich eigentlich auch durchhalten, wenn sie wollten. Ja, die hätten aber wahrscheinlich auch nehmen Markus... Nicht nehmen Markus, mal Theresa einfach günstig kaufen können vor ein paar Jahren. Oder könnten sie jetzt von der Börse nehmen. Wollen sie aber nicht. Aber interessant. Sie trauen sich das nicht zu. Aber in Summe gibt es in diesem Jahr ja viel mehr E-Commerce-Börsengewinner als Verlierer. Jochen hat ja den... Ja, und es gibt vielleicht noch ein Argument, das muss man natürlich sehen. Klar kann man natürlich sagen, ja, ist es jetzt so gut, wenn die meisten interessanten Luxusmarken nicht bei Richemont sind, sondern bei LWMH? Ist es dann so gut, wenn du mehrheitlich... Das kann man natürlich schon argumentieren. Weil der Mode-Markt oder Mode-Marken verhalten sich ja auch nicht immer ganz rational. Das kann natürlich auch schon dazu führen, dass vielleicht der Produktzugang dann eben gerade bei den Kernmarken, die jetzt bei dem LWMH im Portfolio sind, dann eben doch nicht so ausgeprägt war. Und da ist natürlich eine gewisse Unabhängigkeit, wie es jetzt mal Theresa hat und eine strategische Beteiligung ist ja so ein bisschen wie jetzt die Bestsellergruppe bei Zalando, bei ASOS und bei About You beteiligt ist, aber eben nicht mehrheitlich oder sehr signifikant, sondern schon relevanter, aber jetzt eben nicht dominanter Shareholder ist. Ja, apropos nicht rationales Verhalten, das erinnert mich an einen Podcast, den ich gestern gehört habe. Der eine Gründer von Nacketano war ja zu Gast bei Philipp West in meinem OMR-Podcast. Wahnsinn, Wahnsinn. Und hat da auch erzählt, dass sie von einem Jahr aufs andere einfach 26 Prozent sozusagen ihres Geschäfts abgeschnitten haben, weil sie halt keinen Bock mehr hatten, mit Zalando zu arbeiten, weil die waren ihnen zu doof. Und dann haben sie, anstatt dann den Umsatz irgendwie dort zu halten oder nachzufahren, haben sie gesagt, nee, ihr kriegt von uns keine Ware mehr, dann produzieren wir einfach weniger. Also ich glaube, wenn man sich dem Podcast mal aufmerksam anhört, ich glaube, das sind jetzt schon untypische Gründer gewesen in der Modesszene, aber ich glaube, von dem Mindset, von diesem Freiheitsgrad, wie wollen wir unsere Produkte, unsere Ware präsentiert sehen, ticken die, glaube ich, auch schon ähnlich wie andere Modeleute. Also das ist, da kann man mal Irrationalität nachhören im Podcast. Super sympathischer Typ, sehr spannende Geschichte. Ein paar Teile wurden leider ausgelassen aus der Geschichte, die mir noch aus anderen Quellen bekannt sind, aber total beeindruckend. Ja, Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte. Irre. Aber ich habe mir auch nochmal angeschaut, jetzt diese Gewinner- und Verliererliste. Wir haben halt tatsächlich mehr Gewinner in diesem Jahr gehabt. Also das ist erstmal im E-Commerce-Markt, im Glore Fund, den Jochen ja, Jochen Christa, betreut mit Sven Rittau. Und das zeigt ja wieder, dass der Umschwung noch nicht abgeschlossen ist, aber das Panel geht wieder ein Stückchen nach oben, weil bestimmte Konsolidierungseffekte sind halt drin. Und wir haben da aber auch Unternehmen drin, die so ein bisschen überraschend sind. Viele sind Plattformunternehmen der Gewinne, also viele sind Unternehmen, die eben nicht rein auf der Produktmarge basieren, wie ein Amazon, wie ein Mercado Libre, wie ein Coupang, wie ein DoorDash als Modell. Aber wir haben auch klassische Händler wie ein Revolve, das haben wir auch mal intensiv besprochen hier im Podcast, da waren wir nicht so begeistert von. Das könnte man ja noch als weitestgehende Mischung aus Bräuninger und Zalando in USA beschreiben, so als Online-Fashion-Plattform. Fällt mir immer schwer, sich von diesen Mustern zu lösen. Die sind sehr, sehr stark gewachsen, 87 Prozent und die C-Group aus Südostasien. Sind dir andere Gewinner und Verlierer da aufgefallen, außer dass es natürlich sehr viel grün geworden ist und man ganz klar sieht, dass 2021 so ein bisschen das doofe Jahr war. Jetzt geht es langsam wieder bergauf. Wie guckst du da drauf? Ja, ich glaube, was ganz, ganz spannend ist, ist sicherlich, die ja ganz vorne sind, die Firma Shopee oder die betreiben die Plattform Shopee, aber eben auch hinter Shopee steht die C-Group. Oder Seagroup, ich weiß gar nicht, wie man es korrekterweise sagt, die sitzen in Singapur und haben sich fast verdoppelt vom Börsenwert und sind jetzt irgendwie über 50 Milliarden wert und haben ein E-Commerce-Business, aber eben auch ein sozusagen Entertainment-Geschäft. Ich glaube, die kommen aus dem Gaming, ne? Kommen aus dem Gaming, haben damit angefangen, ist gar nicht so alt, irgendwie 2009 oder sowas gegründet und sind aber mittlerweile in Südostasien so einer auch der, oder die größte E-Com-Plattform mit irgendwie 100 Millionen GMV. Also, weil wir hier ja sehr, sehr viel über Temu Shein gesprochen haben bislang und die sind eigentlich so einer der, letztendlich, oder die dominante Plattform in Südostasien. Ja, also außerhalb von Südostasien. Ich habe ein paar Artikel mir dazu durchgelesen und mein Verständnis ist, es ist natürlich relativ viel Investment aus dem, also sehr viel Erträge aus dem Gaming nehmen und investieren in Marktzugang. Das, was jetzt die chinesischen Plattformen in Europa machen, während die bestehenden Plattformen eigentlich nur den Market-Share versuchen zu verteidigen oder das vom Business-Modell auch gar nicht anders können und vom Funding. Es zeigt ja, dass es jetzt gerade so eine Phase ist für kapitalstarke E-Commerce-Unternehmen, sich jetzt Marktanteile zu kaufen. Ob das dann immer so sinnvoll ist, ob das sozusagen auch zu den Packs, die jetzt einen Temu zahlt für einen Neukunde, also die Kundenakquisitionskosten, ob das dann Sinn macht, ist eine Frage, die können wir erst in zwei, drei, vier Jahren beantworten. Aber stark, es ist gerade eine Zeit für starke, expansive Unternehmen. Ja, genau. Wir haben auch einen sehr starken Fintech-Angle, das ist auch nochmal spannend, der auch viel generiert, also sowohl Payment als auch Loans. Auch sehr stark, also so dieser Embedded-Finance-Gedanke, wo sie sozusagen Finanzdienstleistungen, was ja in Asien sowieso sehr ausgeprägt ist, sozusagen Finanzdienstleistungen dahin zu bringen, wo der Kunde ist und betreiben das aber auch selbst. Also sehr, sehr spannend und eben so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest hier in Europa und ich meine auch in den USA, hinter Temu Shein oder den dahinterstehenden Unternehmen jetzt im Fall von Temu zurück, aber auf gar keinen Fall unspannt und wie gesagt vom Börsenkurs verdoppelt. Und was ich auch nochmal total überraschend fand, ich hatte eigentlich ja so das Gefühl, so ein bisschen diese DoorDash-Zeit ist so ein bisschen durch. Also jetzt auch Delivery Hero hat ja ein Stück weit gelitten, die haben ja so ein Delivery Hero-anteiliges Modell, haben auch Volt übernommen für einen sehr, sehr hohen Preis. Ist nicht sogar der Volt Gründer dort CEO geworden, Mickey Kussi? Ich glaube bei DoorDash jetzt insgesamt glaube ich nicht, ehrlicherweise. Ich schaue nochmal nach, der war schon mal hier im Podcast tatsächlich, für diejenigen, die das noch hören wollten, da war er aber nur Volt Gründer. Mickey Kussi bei LinkedIn, Moment, was steht da genau, Head of International at DoorDash und CEO at Volt. Also er ist quasi außerhalb USA, ist er DoorDash-Chef. Okay, das ist ja schon nicht unspannend. Genau, aber die betreiben halt verschiedene Delivery-Themen, im Bereich Restaurant, Grocery, Convenience, haben ja eben wie gesagt auch Volt übernommen für einen echt hohen Preis. Und schaffen es offenbar, also klar ist relativ amerikalastig, aber mit Volt natürlich auch sehr europäisch. Aber schaffen es offenbar in den USA, das Geschäft so zu betreiben, dass die Börse eben denkt, man könne damit perspektivisch sozusagen eine gute Rendite erzielen und haben sich da sehr gut entwickelt, muss man sagen. Und weil hier ja so die Volt wird ja auch so teilweise im gleichen Atemzug genannt, wie jetzt irgendwie die Quick-Commerce-Unternehmen und die es offenbar schon geschafft haben da, auch trotz der eigenen Logistik, weil es war ja so ein bisschen das Sentiment, eigene Logistik ist zu teuer, man kriegt das nicht hin, man muss das wenn. Das profitable Geschäft von Delivery Hero ist ja das, wo eben keine eigene Logistik passiert wurde, so eine reine Vermittlungsleistung erbracht wird. Also das wird ja eigentlich so als die starke Seite von Delivery Hero wahrgenommen, nach meinem Verständnis, auf Analyst-Seite und DoorDash zeigt so ein Stück weit das Gegenteil. Also dass man eben auch mit eigener Logistik, mit eigener Flotte da eben sehr breit diversifiziert über verschiedene Themen hinweg, Nutzung der Infrastruktur über Restaurants, Grocery und so weiter, darüber eben kein Problem mehr damit, dass man sehr starke Peaks hat, sondern eben eine gleichmäßige Auslastung der Infrastruktur. Und das darf man natürlich in den USA auch nicht vergessen, in den USA ist es natürlich leichter, als jetzt beispielsweise in Deutschland gewisse Liefergebühren durchzusetzen, die das Ganze dann eben auch profitabel machen. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Zahlungsbereitschaft für Dienstleistungen und Service in den USA ist natürlich eine deutlich höhere als bei uns. Und das hilft natürlich auch dabei, das Modell profitabel zu gestalten. Okay. Profitabilität ist mein letzter Punkt heute im Podcast. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die chinesischen Plattformen. Hier in der WhatsApp-Gruppe habe ich gerade auch noch eine Info bekommen, wie Timo gerade internationale Händler anwirbt, also quasi Oversea-Stock versucht anzubinden an die Plattform. Da muss man dann alles selber an den Kunden verschicken und auch die Retoure machen, aber kann dann den Customer Service, das Marketing und Sales von Timo nutzen. Also da werden wir jetzt demnächst auch wahrscheinlich viel mehr Inventar sehen, auch bekannter Marken. Und genau das haben wir auch diskutiert. Vor kurzem war ich in Düsseldorf beim EAI-Kongress, zum EAI Connect hieß das. Da war ganz interessant, da hat jemand etwas vorgetragen über die neue Ausrichtung der EU hinsichtlich der Regulierung dieser Plattform. Weil wir kommen jetzt ja aus einer relativ freien Regulierung, wo man sagt, okay, jetzt freier Wettbewerb, da kümmern wir uns gar nicht so drum. Jetzt zeigt aber, dass sowohl die Kunden offensichtlich nicht in der Lage sind, eine sichere Heizdecke von einer unsicheren Heizdecke zu unterscheiden und dass die Plattformen sich ja auch nicht an alle Regeln halten und bestimmte Einfuhrbestimmungen umgehen und damit Produkte in den Markt kommen, die man nicht will. Und da würde ich mal gerne deine Meinung zu hören, weil was jetzt in dem neuen Kabinett von von der Leyen klar wird, da dürften jetzt die Kommissare ihre entsprechenden Briefings schon abgeben. Und das wurde auf diesem EAI-Kongress mal zusammengefasst dargestellt, fand ich ganz interessant. Da liest man sowas wie von Henna Wirkunen, das ist die Executive Vice President für Sicherheit, demokratische und technologische Souveränität, sowas wie Bekämpfung von Herausforderungen durch E-Commerce-Plattformen. Bekämpfung unethischer Online-Techniken, zum Beispiel Dark Patterns, Addictive Designs, Influencer-Marketing. Der Kommissar für Demokratie und Justiz sagt, Durchsetzung der allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung, weil wir offensichtlich in Europa ein Durchsetzungsproblem haben. Bekämpfung von Herausforderungen durch E-Commerce-Plattformen, vor allem aus Verbraucherschutzperspektive und so weiter und so weiter. Und was sich da umdreht ist, sozusagen der Verbraucher wird ein bisschen entmündigt. Da wird gesagt, der ist eigentlich sozusagen nicht in der Lage, diese ganzen Risiken einzuschätzen. Wir müssen ihn vor diesen Plattformen schützen. Du als liberaler Geist, wie schaust du denn auf diese Entwicklung aus der EU? Ja, also ich glaube, wenn man wahrscheinlich den Handel fragen würde oder die dort anwesenden Händler beim EHI treffen, würden die vermutlich sagen, alter. Was wir wahrscheinlich nicht in dem Maße haben, ist ein Schutzproblem des Konsumenten. Also ja, um den kann man sich auch kümmern, aber der Handel kämpft sozusagen ums Überleben. Jetzt kann man natürlich sagen, zum Teil auch wahrscheinlich aus eigenen Fehlern drauf, zum Teil. Aber natürlich auch, weil man schon sagen kann, das eigentliche Grundprinzip des Level-Playing-Fields, was ja die EU eigentlich schaffen will, immer, für die Wirtschaftsteilnehmer hier im EU-Wirtschaftsraum. Das ist ja ein großes Thema und ja, da kann man sicherlich auch auf die Datenschutz-Grundverordnung nochmal so ein bisschen mehr achten. Aber dieses Thema, warum jetzt ein Temu und Shein und so weiter jetzt hier deutschen Händlern das Leben schwer machen, das scheint ja nicht unbedingt ganz oben auf der Liste zu sein. Oder nehme ich das falsch wahr? Ja, also das war ganz interessant, unter Amanda Niklas Köhn da von Wenko, das kennt man vielleicht im Bereich zu Badmöbel, Zubehör, hat da auch geredet und mal gezeigt, welche Vorschriften sie eigentlich befolgen müssen, damit Ware überhaupt in den Handel kommt. Und wie teuer das auch ist, diese Vorschriften umzusetzen, auch Verpackungsgesetze und Co. Während ja Händler, die das aus China schicken, diese Bestimmungen ja relativ einfach umgehen können, weil sie es dürfen, sondern weil es niemand durchsetzt, was sie machen und auch keine Strafen da sind. Also sozusagen, das ist halt, da nutzt man quasi aus, dass wir mit unserer Infrastruktur so ein bisschen wie Don Quixote vor der Windmühle aus China stehen. Da kommen die Produkte, wir stochern haben mit einem Zahnstocher in der Luft und den habe ich auch am Freitag im Podcast, da reden wir mal genau über diese Herausforderung, was man eigentlich machen kann und wie unfair das möglicherweise ist oder wie fair es ist. Aber wenn auch nur ansatzweise diese Bestimmungen eingehalten werden müssten, sei es beim Thema Produktsicherheit, Weichmacher und Co., dann wäre das auch deutlich teurer, was da in Direktimport aus China kommt. Und möglicherweise gibt es immer noch einen Preisvorteil, also dieser Innovationsgrad des Geschäftsmodells, der bleibt natürlich trotzdem da. Ja, aber es ist halt überhaupt kein Level-Playing-Feed. Wir haben eine ganz krasse Durchsetzungsunfähigkeit und die Gesetze sind schon relativ scharf und deswegen fand ich das ganz interessant, dass jetzt die EU jetzt wieder neue Maßnahmen ergreifen will. Die richten sich jetzt aber dann nicht mehr so stark gegen den europäischen Handel, also noch mehr Umweltbestimmung, noch mehr dies und das, sondern sozusagen gegen diese anderen Plattformen. Aber Amazon und Co. haben ja erfolgreich gegen Maßnahmen lobbyiert, als sie selber die Profiteure dieser sozusagen Lachsenregulierung waren. Jetzt sind sie die Ersten, die da auf der Matte stehen und sagen, das ist doch unfair, was die Chinesen machen. Und ich glaube, die sind genauso erfolgreich im Lobbyismus und in ihrem Streben, diese Maßnahmen extrem uneffektiv zu rendern. Ich glaube nicht, dass das zeitnah 25, 26 zu einem Level-Playing-Feed führt, aber das kam da raus. Das ist halt gar kein Level-Playing-Feed mehr und das Drama im Handel ist viel größer, als man das in den aktuellen Insolvenzzahlen ablesen kann. Das ist das, was mir zugetragen wird und was man auch in den verschiedenen Händlerforen sieht. Ja, und diese Botschaft scheint offenbar noch nicht in dem Maße da angekommen zu sein, wenn ich sehe, was hier der Schwerpunkt ist von Jessica Roswell. Die neue Ökodesign-Verordnung, Green Claims und so weiter, das sind alles gute Dinge. Da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Also das ist alles sehr, sehr gut gemeint. Ich glaube, das würde ich auch niemandem unterstellen, aber der Fokus und die Richtung muss eigentlich Richtung eines Level-Playing-Feeds für den europäischen Handel gehen. Und natürlich muss auch der europäische Handel anfangen, stärker quasi an innovativeren Konzepten zu arbeiten und so weiter. Das ist völlig unbenommen. Also auch die Dinge, die man von Timu, Timu Schien, Schoppy und so weiter lernen kann, das kann man ja durchaus auch einfordern. Aber die brauchen natürlich schon ähnliche Vorausredzungen und keine Benachteiligung. Und genau, das sieht jetzt hier offenbar nicht so aus. Wahnsinn eigentlich. Okay. Wir schaufeln uns selbst ein Grab. Das ist ja schön. Auch in dem Bereich. Wir schütten es gerade zu. Geschaufelt hatten wir uns schon. Jetzt schütten wir es schon zu, wenn wir drin sitzen. Wir holen die Erde so rein quasi. Aber ich wollte es gar nicht so negativ abschließen, weil ich fand jetzt durch die, es gibt ja schon einen positiven Trendwende, zumindest bei den E-Commerce-Aktien. Ich finde es auch, so ein paar spannende Ideen habe ich jetzt mitgenommen aus dieser MyTheresa Nettoporte-Jokes-Geschichte. Da gucke ich mir nochmal ein bisschen an, wie sich die Rollen im Rechement-Konzern jetzt verändern und wer da vielleicht auf der Suche nach neuen Aufgaben ist. Nach zwei, drei Jahren, nach dieser Fünf-Milliarden-Akquisition. Und ich schaue mir auf jeden Fall diesen Agenten mal an, 11X, ob der mir helfen kann, den Security-Test bei meinem Buch vielleicht ein bisschen effizienter durchzuführen. Ah, eine Frage, wir haben uns vergessen. Ihr hattet ja wieder so eine Project-A-Konferenz. Wie war das denn überhaupt? Wie lief es da? Ja, also genau, wir hatten, das ist ja immer sozusagen ein gleicher, wir machen sowohl unser AGM, also Annual General Meeting, das ist quasi unsere Investorenkonferenz und dann auch noch die Project-A-Konferenz mit verschiedenen Teilkonferenzen zu Fachbereichen, aber auch einigen Industrien, also Marketing, Sales und so weiter. Dann aber auch zu einigen sozusagen Feldern wie jetzt European Resilience oder wir hatten auch verschiedene Investoren zusammengebracht und Gründer zu einem bestimmten Bereich. Und nee, das war insgesamt, wir hatten ja ein dezentrales Konzept diesmal, also nicht ein Ort, nicht die Kulturbrauerei, sondern eben über die Stadt verteilt. Das war von der Content-Qualität, muss ich sagen, wirklich gut, wir hatten über 2000 Leute da, teilweise klar war es durch die Verteilung über die Stadt nicht so einfach, die Leute zu treffen, die man treffen wollte, aber wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder was machen, was auch eher so in Teilkonferenzen strukturiert ist, das kann man glaube ich schon festhalten, ob wir es vielleicht wieder an einem Ort machen, aber dann eben sozusagen innerhalb dessen geteilt werden wir sehen. Ja, wir hatten sensationelle zwei Tage in der Kulturbrauerei für die Spryker Excite. Können wir wieder empfehlen, wenn der Zeitraum frei ist. Vielen Dank, Flo. Beim nächsten Mal reden wir wieder mehr über die chinesischen Plattformen, da gibt es nämlich eine ganze Menge sozusagen in der Recherche, was da wieder aufgepoppt ist, aber soll für diese Woche erstmal reichen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's. Am Wochenende geht's weiter mit einer kleinen Spezialausgabe rund um das Thema E-Commerce-Buch, eine Mini-Audio-Version. Könnt ihr mal reinhören, das gibt's ja seit dieser Woche zu bestellen und nächste Woche geht's dann mit Caro weiter, mit Christoph Herz, dem CEO und Gründer von Visu Next. Also für diejenigen, die sich beim Thema Leinwand und Beamer mal wieder informieren wollen, was da so geht, wohin der Markt sich entwickelt, die werden da auf ihre Kosten kommen. Vielen Dank, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao.